Keine Frage, der erste Handelstag des neuen Jahres war ziemlich extrem. Wir haben massive Bewegungen gesehen an den Anleihenmärkten, die Renditen nach oben und wir haben gleichzeitig steigende Aktienmärkte gesehen. Vor allem im Tech-Bereich haben wir steigende Aktienmärkte gesehen und normalerweise passt das ja nicht so richtig zusammen. Steigende Renditen und steigende Tech-Aktien, das ist normalerweise etwas, was eher konträr läuft. Steigende Renditen, eher schwächere Tech-Aktien. Und andersrum, gestern war das aber anders und das liegt daran, dass offenkundig hier zwei Narrative am Start sind. Eines der Aktienmärkte, die sagen sich, who cares, wir spielen das Jahr 2020 und 2021. Wir gehen also in die Dickfische wie eine Apple oder eine Tesla und spielen das alte Spiel des Monopols. Hier sind also die dicken Gewinne, wir haben Anlagedruck, wir haben Druck, vor allem weil jetzt neues Geld natürlich gekommen ist durch Anleger, das über ETFs angelegt werden muss, das von Vermögensverwaltern zu Jahresbeginn angelegt werden muss. Und was macht man? Man weicht auf das aus, was man in den letzten Wochen, Monaten und Jahren immer schon getan hat. Und auf der anderen Seite aber die Anleihenmärkte, die sich sagen, oh jetzt wird die Fed richtig auf die Bremse treten und wer hat recht, die Aktienmärkte oder die Anleihenmärkte, wie wird die Fed auf die Inflation reagieren? Durch deutliche und schnelle Zinsanhebungen, ja oder nein, das ist die Frage, die jetzt bald zur Entscheidung kommen wird. Heute bekommen wir etwa den ISM-Index Gewerbe in den USA und da wird man sehr genau auf die Preiskomponente schauen. Da sind rückläufige Preise erwartet, aber mal schauen, wie es reinkommt. Und wir haben jetzt auch in China wieder ein neues Thema dazu, gleich mehr. This looks familiar, wie Sven Hendrick hier schreibt, New York Advanced Decline. Also wie viele Aktien steigen, wie viele fallen und wir sehen, dass wir praktisch da ein Gleichgewicht haben, was die Anzahl der Aktien betrifft, die gestiegen sind und die gefallen sind. Dennoch, die Indizie ist gestern deutlich im Plus in den USA mit 9 Allzeithochse, teilweise wiegen vor allem einer Apple Plus 2,33%. Fegen, Amazon, die in den letzten Tagen gar nicht so gut gelaufen war, plus 2,0%. Google auch zuletzt gar nicht mehr so gut gelaufen, auch eine Microsoft nicht, aber dann eine Tesla, die über 11% hatte zulegen können gestern, weil man ein paar mehr Autos verkauft hat als im letzten Quartal. Gut, kann man machen. Jedenfalls sehen wir hier das alte Muster, dass eben diese wenigen großen Werte, die Indizes deutlich ins Plus hieven, während die Durchschnittsaktie eher nicht steigt. Das ist ja das alte Muster. Wir haben mehr Aktien, die eigentlich in einem Bärenmarkt sind, als Aktien, die in einem Bullenmarkt sind. Und gleichwohl sind wir auf Allzeithochse bei den Indizes. Schauen wir uns hier mal eine Apple an, die gestern ja eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar erreicht hat. Wahnsinn, wie schnell das geht. Ich glaube, im Tief der Corona-Krise, August oder wann war das, dass Apple eine Marktkapitalisierung von nur einer Billion erreicht hatte. Also noch vor gut einem Jahr oder eineinhalb Jahren und jetzt ist man bei 3 Billionen. Man hat eigentlich gedacht, dass Amazon zuerst diesen Wert knacken wird. Das sind schon unglaubliche Dimensionen. Und dann eine Tesla, die gestern um 142 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung steigen konnte. Das ist mehr als das, was 90 Prozent der im Leitindex S&P 500 enthaltenen Aktien überhaupt auf die Waage bringen. Das ist auch etwas mehr als Volkswagen an Marktkapitalisierung hat, nämlich so 115, 116 Milliarden Euro. Wenn wir da den Umrechnungsfaktor in Sachen Dollar noch mit drauf rechnen, dann kommt das fast hin. Tesla noch ein bisschen drüber. Also Tesla hat gestern mehr gewonnen, als Volkswagen wert ist. Nun kann man sagen, okay, ganz toll, hier Tesla ist ja 12 Prozent gestiegen, weil man eben 900.000 und ein paar zerquetschte Autos im Jahr 2021 an den Start gebracht hat. Das ist das, was Toyota einst in guten Monaten mal eben in einem Monat an den Start bringt. Und eben auch Volkswagen. Das heißt, wir sehen hier völlig andere Relationen. Da legt eine Tesla einmal so viel zu, wie Volkswagen insgesamt wert ist. Und Volkswagen produziert nach wie vor ein Mehrfaches dessen, was Tesla produziert. Aber man spielte die Zukunft. Schauen wir uns hier mal unten Tesla an. Im Chart sehen wir, dass diese massive Kerze deutlich über das Bollinger Band hinaus. Also das ist schon ein bisschen extrem, was da passiert. Da dürften heute die Bäume nicht mehr in den Himmel wachsen, sondern tendenziell Gewinn mit Namen passieren. Insgesamt sehen wir auch wieder eine Short-Squeeze gestern. Wir sehen hier die Most Shorted Stocks. Die sind gerade zu Handelsbeginn dann ziemlich nach oben gegangen in den USA. Jetzt haben wir eine Quote von 1,5 Prozent Short im S&P 500. Wir waren im Dezember 2020 nochmal ein bisschen drunter, aber es sind praktisch Rekordwerte. Aber die, die noch Short stehen, die werden trotzdem gesqueezed. Da denken sich halt die Bullen, naja gut, wir nehmen, was wir kriegen können. Wenn wir uns jetzt mal gestern die Indizes anschauen, hier Dow Jones plus 0,68, der S&P plus 0,64. Nasdaq 1,20 Prozent und der WIX deutlich unter Druck mit minus 3,6 Prozent. Wir sehen, dass Energie gestern 3 Prozent dazulegen können bei den Sektoren. Dann Consumer Discretionary auch fast 3 Prozent. Das lag fast nur an Tesla. Die sind in diesem Bereich Consumer Discretionary und erstaunlicherweise Materials. Sehr, sehr schwach. Finanzwerte gut. Warum? Weil die Zinskurve sich wieder versteilt. Das ist für Finanzwerte gut aufgrund der Fristentransformation. Und dann eben Technologie mit einem Prozent knapp im Plus. Und das angesichts der steigenden Renditen. Hier nochmal ein Blick auf die Outperformance der USA. Die haben jetzt seit 14 Jahren im Grunde performen sie den Rest der Welt aus. Das ist schon mal, pardon, alte Kriegsverletzung aus dem Ersten Weltkrieg, diese Husten. Wir sehen hier praktisch diese massive Outperformance im Grunde seit der Finanzkrise, die hier der Fall ist. Was könnte das ändern, fragt hier etwa Schwerer und Blockland. Steigende Bond-Renditen, ein Reset an Valuations, also an Bewertungen. Bewertung ist ja derzeit nicht so das, worauf die Amerikaner gerne gucken, weil sie sagen, ist doch alles anders in Zeiten einer Nussenspolitik. Das finale Reopening, das Ende der Earnings Superiority. Okay, das ist die Frage. Wir sehen also, dass es durchaus hier in Blau auch mal Phasen gab, wo der Rest der Welt die USA outperformed hat. Aber das ist a busy, war es lang her. Wir haben dann zwischen Dotcom, Blase und 2008 eine kleine Outperformance der Reste der Welt. Aber ansonsten sehen wir, dass die USA hier seit im Grunde 14 Jahren die anderen Märkte outperformen. Aber jetzt kommen wir mal zur Reaktion der Anleihenmärkte. Und die war ja komplett etwas anderes, als was die Aktienmärkte gespielt hat. Wir sehen hier die 10-jährige US-Anleiherendite wieder da, wo man war, bevor diese Omikron-Sorge in den Markt kam. Auch die 30-jährige US-Rendite deutlich, deutlich nach oben. Und wie heftig die Bewegung etwa in der 10-jährigen Anleiherendite war, das sehen wir hier. Bums, diese massive Kerze nach oben. Und in dem unteren Chart sehen Sie, dass wir jetzt an einer wichtigen Trendlinie sind. Und geht es darüber, dann wäre das Feld offen für die Renditeentwicklung. Dann wären wir wahrscheinlich im Bereich von 2% als nächsten großen Widerstand. Wir sehen jedenfalls, dass die kürzer laufenden Staatsanleihen, die einen, die zwei, die drei und die fünfjährige, gestern auf dem höchsten Stand geschlossen haben seit Beginn der Pandemie. Man preist also hier Zinsanhebungen ein, auf die die kürzeren Laufzeiten ja stärker reagieren als die längeren Laufzeiten. Dementsprechend sehen wir diese unterschiedlichen Narrative zwischen den Anleihenmärkten eben und den Aktienmärkten. Mal sehen, ob wir heute einen Turnaround Tuesday bekommen oder ob der Anlagedruck jetzt dieses neuen Geldes, das in den Markt geflossen ist. Nach wie vor so stark es jedenfalls bekommen wir unschöne Dinge von der Corona-Front in den USA. Das erste Mal, dass ein Land über eine Million an neuen Corona-Fällen berichtet. Das ist in den USA jetzt am gestrigen Montag der Fall gewesen. Also die Zahlen von Montag, die praktisch heute Nacht veröffentlicht wurden. Das ist, wie gesagt, das erste Mal, dass ein Land eine solche Schwelle überschreitet von eine Million. Investitionen möglicherweise auch durch diese Feiertage, durch diese ganze Geschichte ein bisschen verzögert. Es scheint in den USA nach wie vor einen Mangel an Tests auch zu geben. Das deutet darauf hin, dass die Zahlen vielleicht dann noch höher sind. Jedenfalls sehen wir hier diesen Spike unten in dieser Grafik in den Zahlen. Aber die Anzahl der Todesfälle, die nimmt nicht zu. Also das ist der Hoffnungsschimmer, den man hat, dass Omikron dann eben als hoffentlich mildere Variante die anderen verdrängt und so das Ganze dann ein bisschen verharmloste, könnte man sagen. Hier sehen wir jetzt, dass die CDC, also die Seuchenbehörde, hat hier alle Bundesstaaten der USA jetzt auf High Alert gesetzt. Also auf Rot gesetzt. Dann schreibt hier Alicia, naja, super, wir haben jetzt das Virus eingeschlossen. Wir haben das Virus gefangen genommen, sozusagen. So könnte man diesen Tweet übersetzen. Und wir sehen auch in China eben, dass die Dinge jetzt schwieriger werden. Die Regierung verfolgt nach wie vor unter großen Schwierigkeiten, die das mit sich bringen wird, eben diese Null-Covid-Politik. Das heißt, tritt irgendwo ein Fall auf, wird sofort dicht gemacht. Das hat man ja in dieser 13 Millionen Stadt Xi'an gemacht. Da können die Leute nicht mal mehr einkaufen. Da gibt es dann Hilferufe auf Weibo, auf dieser Social-Media-Plattform, die sagen, wir haben nicht genug zu essen, weil eben die Behörden normalerweise dann das vorbeibringen, beziehungsweise nur ein Familienmitglied alle zwei Tage mal einkaufen darf. Wir sehen jetzt neuen Lockdown, etwa in Zhengzhou. Da sind einzelne Bezirke, einzelne Stadtteile jetzt geschlossen worden. Und wir sehen, was noch viel wichtiger ist, dass hier ein Stadtteil in Ningbo geschlossen wird oder praktisch im Lockdown ist. Und das ist ein Teilbereich des Hafens in Ningbo, der ja einer der wichtigsten Häfen der Welt ist, der gerade für die Exporte Richtung Europa, Richtung USA sehr, sehr wichtig ist. Hier jetzt also Probleme, dass etwa zu wenig Lastwagenfahrer da sind, weil eben die in diesen Bereichen wohnen, nicht ihre Häuser verlassen können. Wenn das Ganze weiter um sich greift, dann wird das extrem schwierig werden. Dann werden diese Lieferkettenprobleme, Materialmangel und im Gefolge dessen eben auch die Inflation wieder nach oben springen und wird die ganzen Prognosen, die von einem leichten und konstanten Rückgang der Inflation in 2022 gesprochen haben, ad absurdum führen. Chinas Banken sollen jetzt etwas mehr wieder ausleihen, sollen mehr Kredite vergeben, so berichtet China Securities Journal, weil man eben auf diese Wachstumsabschwächung reagieren muss, eben um irgendwie die Wirtschaft da über Wasser zu halten. Wir sehen übrigens jetzt mit diesem Lockdown in Ningbo oder in diesem Bezirk von Ningbo, dass hier wieder die Frachtraten deutlich nach oben gehen. Also es wird wieder teurer, Container zu transportieren. Auch das ist eine Wirkung, die davon eben ausgehen wird. Wir hatten heute dann aus China noch den Kaik-China-Einkaufsmanager-Index, ein Ticken besser als erwartet, ein Ticken über der 50er-Marke. Wir sehen, dass die Einkaufsmanager-Indizes in China sich schon wieder ein bisschen erholen, wohl auch in Erwartung von mehr Stimulus durch die Regierung in Peking, die er das Ruder schon umgerissen hat und eigentlich auf einem ganz anderen Weg ist jetzt als die Amerikaner, die auf die Bremse treten wollen. Aber was ist das große Problem, wie hier etwa die Commerzbank schreibt, die wichtigsten Faktoren für die Konjunkturabschwächung sind jedoch die schwache Inlandsnachfrage, eben aufgrund der Null-Covid-Politik durch Peking und der Einbruch des Immobilienmarktes. Und der ist ziemlich saftig eingebrochen, hier etwa, wie die Citigroup zeigt, die 31 börsennotierten Property Companies, also Immobilienentwickler, wenn man so will, in China, deren Sales, deren Verkäufe sind um 26% gefallen im Vergleich zum Vorjahresmonat Dezember. Und wie hier jemand schreibt, das ist die weltgrößte Asset-Bubble, die praktisch in Zeitlupe gerade jetzt platzt. Und das ist genau das Thema. Heute übrigens die meisten Immobilienentwickler an den chinesischen Märkten deutlich ein Plus. Aber wir sehen hier die Dimension eben dessen, was da auf dem Spiel steht. Hier die Dunkelblau, hier China, ist praktisch mit Abstand das größte Asset überhaupt, die größte Asset-Klasse in der Welt, ist der chinesische Immobilienmarkt. Und da rumpelt es. Kommen wir nochmal nach Europa und zur Inflation. Inflation Watch, Ikea is raising prices globally, durchschnittlich, will Ikea around the world, also weltweit, die Preise um 9% anheben. 9%, das ist noch über der Inflationsrate, über der offiziellen. Denn da sind dann zum Beispiel Produkte, die vorher 99 Euro gekostet haben, kosten dann 129 Euro. Und da sind manche Kunden dann verärgert gewesen. Hat Ikea geschrieben, hey zusammen, danke für eure Gedanken. Ganz lieb, gell? Die Rohstoffknappheit und eingeschränkten logistischen Kapazitäten haben Auswirkungen auf die Industrie in der ganzen Welt. Wir haben die Preise ja so gut wie nie erhöht, sagt man und so weiter. Aber jetzt könne man eben nicht anders. Also wir sehen, meine Prognose tritt da schon ein Stück weit ein. Ab 1.1. werden die Preise angehoben. Genauso hat das Ikea gemacht. Und das weltweit, also nicht nur in Deutschland. Und hier in Sachen Inflation eine Empfehlung von mir auf einen sehr, sehr guten Artikel. Wie hoch ist eigentlich Ihre Inflation? Wo Sie erstmal sehen, was kommt da in die Inflationsberechnung mit rein? Welche Komponenten sind drin? Und wie können Sie Ihre eigene Inflation, also Ihre gestiegenen Kosten, berechnen? Das ist ein Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinke. Es gibt ja in Deutschland zwei Inflationsberechnungen. Inflationsberechnungen, einmal die normalen Anführungszeichen. Und da werden eben alle fünf Jahre sozusagen Verbraucher befragt und gesagt, ja, was sind deine Ausgaben, wofür gibst du Geld aus? Und dann gibt es die sogenannte HVPI-Berechnung. Das ist die Berechnung, die derzeit jetzt auf eine Inflation von 6,0% kommt. Und da wird diese Ermittlung jedes Jahr neu durchgeführt, was dazu führt, etwa, dass dann etwa Gesichtsmasken, die vor fünf Jahren noch keine Rolle gespielt haben, mit einfließen, mit berechnet werden, dass eben das veränderte Kaufverhalten schneller aktualisiert wird. Und je aktualisierter eben diese Dinge sind, umso höher ist die Inflation, wie die Daten zeigen. Da laufen ja viele, viele Menschen rum, die auf geringfügiger Einkommensbasis dann im Nebenjob praktisch durch die Supermärkte gehen, auf bestimmte Produkte fokussiert sind und da schlichtweg jeden Tag, jeden Monat die Preise vergleichen, dass dann ein Statistisches Bundesamt melden und da werden dann die Zahlen zusammengesetzt. Und so entsteht eben dieses große Bild, was ist wichtig in Sachen Inflation, worauf sollten Sie achten bei der Inflation. All das, wie gesagt, unter dem Video verlinkt. Das ist für jeden ein absolutes Muss, weil eben wir alle davon schlichtweg betroffen sind. Also schauen wir mal, wie es heute weitergeht nach diesem sehr positiven Jahresauftakt der Aktienmärkte, die erstmal ihr eigenes Ding spielen. Reine Liquidität wahrscheinlich durch die Zuflüsse der Anleihenmärkte, die sind jetzt an einem kritischen Punkt. Geht es da weiter nach oben oder eine Pause? Der ISM-Index heute 16 Uhr wird wichtig. Vor allem die Preiskomponente schauen Sie da auch mal rein bei Finanzmarktwelt. Wir werden darüber berichten. Jetzt sage ich Servus und Ciao.